Heute reden wir über die sieben Basisgrößen in der Physik. Es gibt sieben und nicht mehr. Die erste Basisgröße ist die Länge, sie hat das Symbol klein s und ihre Basiseinheit sind Meter mit dem Einheitssymbol klein m. Meter ist übrigens die SI-Einheit. Das ist die Einheit, die im internationalen Einheitssystem so angegeben ist. Und natürlich hat die Länge auch andere Einheiten, das sind dann die nicht SI-Einheiten, zum Beispiel Kilometer, Zentimeter und so weiter. Und es gibt eben nur eine SI-Einheit bei jeder Basisgröße. Nun zur zweiten Basisgröße. Diese ist die Zeit, sieht das Symbol klein t. Und ihre Basiseinheit oder auch SI-Einheit ist die Sekunde. Das Einheitssymbol der Sekunde ist klein s. Die dritte Basisgröße ist die Masse, ihr Symbol ist klein m. Und ihre Basiseinheit ist Kilogramm. Ihr Einheitssymbol ist Kg. Die vierte Basisgröße ist die Temperatur. Ihr Symbol ist T. Und von der Temperatur ist die Basiseinheit Kelvin. Und das Einheitssymbol von Kelvin ist Kg. Die nächste Basisgröße ist die Stoffmenge. Von der Stoffmenge das Symbol ist das klein n. Und die Basiseinheit davon ist Mol. Und das Einheitssymbol von Mol ist klein mol. Also klein geschrieben. Dann die vorletzte Basisgröße ist die elektrische Stromstärke. Ihr Symbol ist I. Und davon ist die Basiseinheit Ampere. Und das Einheitssymbol der Basiseinheit Ampere ist A. Die letzte und siebte Basisgröße ist die Lichtstärke. Und das Symbol hiervon ist I, V. Und die Basiseinheit der Lichtstärke ist Candela. Und das Einheitssymbol ist Cd. Und das Einheitssymbol ist Cd. Und das Einheitssymbol ist Cd.